Ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Part von The Last of Us Part 2. Zufälligerweise ist es auch Part 2. Im letzten Part von The Last of Us Part 2 hat Joel Tommi erklärt, was bei den Fireflies passiert ist. Dann haben wir einen kleinen Zeitsprung gemacht. Es war vier Jahre in die Zukunft, ins Jahr 2038. Und ja, Ellie ist nun 18 Jahre alt, hat eine Freundin namens Dina. Und die sollen jetzt auf Patrouille gehen. Und dann haben wir einen Schwenk gemacht zu diesen beiden Personen. Na schauen, was es mit diesen Personen auf sich hat. Ich bin gespannt. Was die vorhaben. Frauen scheitert eine wunde Gruppe zusammen, mehreren. Ich bin die gespringen. Willst du dich von mir trennen? Was? Nein. Heute für einen Springsprung L1 gedrückt. Wenn du das kannst, kann ich das auch. Ich hab dich gewarnt. So viel. Für dein Ego. So viel nach dem Motto, wenn du kannst, kann ich das auch. Nicht jeder ist so anmutig wie du. Ist doch klar. Was ist das? Du kriegst das hin. Das ist zu hoch. Na los. Die Frau heißt also schon mal Abby. Und der Mann Owen. Wenn das flirten ist, was ist bei den damitischen Streiten? Warum konntest du nicht durch den Spalt durchgehen, Abby? Ja, Abby ist die zweite Protagonistin, neben Ellie, in diesem Spiel. Und die zweite Hauptfigur, wie man es will, ja. Auf jeden Fall ein Gegenpart zu Ellie. Hast du schon jemandem erzählt? Was haben die wo? Von der Stadt zum Außenposten, da drüben. Dazwischen gibt es noch mehr Posten. Sie haben Strom, Waffen. Das sind viele Leute. Wir kriegen das schon hin. Okay. Wenn einer da drin ist, kommen wir zu ihm. Wir fangen eine Patrouille ab, fragen nach ihm und dann, ich weiß nicht, wenn wir ihn vielleicht irgendwie rauslaufen. Ja, okay. Wir geben uns bestimmt gerne alle Informationen. Dann zwingen wir sie eben. Hast du dir eigentlich zu? Hast du eine bessere Idee? Was ist denn los mit dir? Ja, das schwache. Oh. Okay. Aber es ist nicht nur das. Sollte ich gratulieren? Wenn die anderen das sehen, werden sie umkehren wollen. Wir überzeugen sie. Stimmt's? War klar, dass ich nicht auf dich zählen kann. Abby. Ich will, was du willst. Aber nicht um jeden Preis. Hey. Wir sehen uns in der Lodge. Wir sehen uns in der Lange. Lich mich. Ist mir scheißegal. Boah, ich seh ihn alleine. Boah, ich seh ihn. 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 Boah, ich seh ihn.